Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 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 Und ich glaube, dieser Titel ist ein recht gutes Beispiel für einen Wortwitz und ein Spiel mit Sprache, das sehr typisch ist für die Praxis von La Provo. Wenn man genau hinschaut, erkennt man zuerst diesen herzhaften Ohm-Sound, dahinter ein Arsch oder ein H, französisch oder englisch, Oma, das deutsche Oma, ein Schö, das französische Schö für Ich und dann verranzt es nach hinten aus. Wenn man diesen Teil phonetisch ausspricht, dann versteckt sich dahinter ein Hommage, Hommage und das ist genau das, was diese Ausstellung sein will, eine Hommage an die Oma. La Provo bringt Worte und Bedeutungen zum Flirn in ihrer Praxis, dient sie aber auch Konzepte und ihre Auslegung. So auch hier, wenn wir über Begriffe sprechen wie Familie, Verwandtschaft, Herkunft, dann sind die bei Provo genauso breit gedacht. Es sind Konzepte, die fluide sind, so wie etwa Geschichte oder Geschichtsschreibung. Und somit meint die Figur der Großmutter auch im ganz weitesten Sinne gedacht, vor allem Ahninnen und Vorreiterinnen. In den fantasievollen Welten von La Provo, die sie mit ihren Arbeiten kreiert, vermischen sich sehr viele unterschiedliche Referenzen. Es verschwimmen Fakt und Fiktion, das ist auch auf jeden Fall in dieser Ausstellung der Fall. Aber ich glaube, diese Ausstellung ist verhältnismäßig stark von realen Persönlichkeiten inspiriert. Sie finden kleine Anekdoten, Storys, Erinnerungen, sie finden sie als Stimmen oder durch ihre Attribute verkörpert in den Welten dieser Ausstellung. Es sind zum einen ganz persönliche Omas, private Besuchspersonen aus dem Umfeld der Künstlerinnen und aus dem Umfeld des Projekts, aber auch ganz wichtige historische Persönlichkeiten. Politische Vordenkerinnen wie etwa Rosa Parks oder Rosa Luxemburg, Diuretikerinnen, Denkerinnen, Donna Haraway, die Mathematikerin Ada Lovelands, inspirierende künstlerische Vorbilder wie Agnes Wader, Carol Lee Schneeman, Laurie Anderson, Artemisia Gentileschi, Literatinnen Kate B. Acker, Octavia Butler und viele, viele mehr. Und auch noch eine kurz erwähnt, eine hierzulande besonders populäre, die Figurine von Willendorf, vielleicht als besondere Partin dieser Ausstellung, vielleicht unsere Urgroßmutter, wer weiß, auf jeden Fall eine wichtige Inspiratorin für einige der Narrative, die sich durch die Ausstellung ziehen. Also, Laura Provo startet diese so weit ausufernde fiktive Genealogie an unterschiedlichen Großmüttern. Einige davon werden die Besucherinnen und Besucher vielleicht erkennen, andere werden sie vielleicht an andere Großmütter erinnern. Und vor allem ist diese Ausstellung eine Einladung, diese Liste zu vervollständigen. Diese Ausstellung will auch fragen, wer sind eure, wer sind ihre Großmütter. Aber ich glaube, es wäre nicht eine Arbeit von Laura Provo, wenn sie nur in die Vergangenheit flicken würde, denn ihre Welten, sie sind kollektiv und eng verbunden und vor allem Tentakeln sie in alle möglichen Richtungen aus. In ihnen liegen meistens auch die großen Sorgen von gegenwärtigen gesellschaftlichen Herausforderungen, neben Emanzipation, sicher auch Migration und vor allem Klimawandel. Und so richtet es Provo auf den Blick in eine nahe Zukunft und die Ausstellung regt die Frage an, welche Großmütter wir vielleicht sein können, wie wir Türen öffnen können, wie wir uns um die Zukunft der Generationen nach uns kümmern können. Alle Arbeiten, die Sie hier heute im Ausstellungsraum sehen werden, sind speziell für diesen Anlass entstanden. Es sind alles neue Arbeiten. Es ist vor allem aber nicht immer ganz einfach, die einzelnen Arbeiten auszumachen, denn teilweise überlagern sie sich und fügen sich zu einer großen, raumgreifenden Installation zusammen. Erste Echos, eine Audioarbeit, gibt es schon im Kasseraum zu hören. Wenn Sie hier Richtung Ausstellungsraum gehen, begrüßt Sie die Installation Hi-Hair Garden, eine Installation aus modifizierten Hi-Hats mit einem fröhlichen Klirren. Und wenn wir dann in den Ausstellungsraum gehen, befinden wir uns zu großen Teilen in einem sehr dunklen, sehr kontemplativen, auch großteils sehr ruhigen Setting. Alles ist uns spannend von einer sehr delikaten, komponierten Sound- und Lichtpartitur. Im Zentrum von dem allen steht Lord Provosts neuer Film. Er trägt den Titel hier Herr Hart-Hobbers. Er besteht aus drei ästhetisch sehr unterschiedlichen Kapiteln, die nacheinander alterierend und auch mit kurzen Pausen dazwischen zu sehen sein werden. Dazwischen schwebt Moving Her, ein System aus filigranen, von der Decke hängenden Mobiles. Es sind hybride Objekte aus gefundenen Materialien. Und dazwischen einzelne Glasobjekte, beziehungsweise Glas und in Kombination mit anderen Materialien, mit jeweils korrespondierenden Audiospuren. Die größte und prominenteste davon ist eine Installation im hinteren Teil des Raumes, ein bisschen versteckt, mit dem Titel Gathering Oma de Glanoise. Die einzelnen Teile des Films, also die Projektionen, die unterschiedlichen Sounds, die Lichtakzente folgen einer genauen Albabfolge im Raum. Eine Dramaturgie. Geben Sie also dieser Ausstellung auch ein bisschen Zeit, sich zu entfalten? Folgen Sie den einzelnen Stationen dieser Ausstellung? Wenn Sie einmal den kompletten Zyklus sehen wollen, sind es in etwa 45 Minuten, würde ich sagen. Und ein sehr wichtiges Element in dieser Ausstellung, das ich noch erwähnen möchte, ist eine Komposition von Elisabeth Schimana, die auf Einladung von La Provo eine Sechskanal-Komposition speziell für diesen Raum entwickelt hat. Elisabeth Schimana, Jahrgang 58, gilt als Pionierin der elektronischen und elektroakustischen Musik hier in Österreich. Als sie in den 80er Jahren, damals ist der Studiengang Computermusik, zu studieren begonnen hat, ist sie auf eine Welt gestoßen, auf einen Kanon, der scheinbar zu 100% aus Männern zu bestehen schien. Und sie hat sich somit vor allem selber auf die Recherche begeben, nach den Frauen in diesem Feld, nach den Pionierinnen im Bereich der elektronischen Musik und hat seitdem sehr viel zur Aufarbeitung, zur Sichtbarmachung dieser beigetragen. Auch ihre Komposition ist dem Ausstellungsthema entsprechend inspiriert, von ihren Vorreiterinnen, von ihren Wegbegleiterinnen. Sie basiert auf Sprachaufnahmen aus ihrem Archiv, unter anderem von Komponistinnen wie Eliane Radik, Beatrice Ferreira, Pauline Oliveros, aber auch der Kunstradio-Gründerin Heidi Grundmann. Und bevor ich jetzt dann wirklich das Mikrofon weitergebe, noch einen Hinweis, und zwar auf unser tolles Ausstellungs-Booklet. Es ist in der Ausstellung sehr dunkel, aber vielleicht wollt ihr euch das, also da wollen Sie sich das mitnehmen beim Rausgehen, sind nochmal einführende Texte, weiterführende Texte zu den einzelnen Arbeiten drinnen. Und vor allem auch ein wunderschöner Text von Julia Grillmeier, den ich auch sehr empfehlen möchte. Und eine ganz herzliche Einladung. Diesen Samstag gibt es um 16 Uhr eine Performance im Rahmen dieser Ausstellung bei freiem Eintritt. Laura Provo inszeniert gemeinsam mit dem Künstler Sam Bellinfante die spielerische Chor-Performance The Long, Very Long Journey. Sie versammeln hierfür unterschiedliche Amateur- und Profimusikerinnen, darunter die britische Sopranistin Patricia Ohtoloni, die Wiener Experimentalmusikerinnen Ingrid Oberkanins und Susanna Gartmeier, das Construction Choir Collective, die Omas gegen Rechts und den Supera Kinderchor. Kommen Sie vorbei. Im Anschluss davon gibt es dann auch noch ein Künstlerinnengespräch, einen Kaffee-Klatsch mit Laura Provo. Also für alle, die Fragen haben oder noch mehr wissen wollen, ist das die Gelegenheit. So, vielen Dank nochmal, dass Sie alle hier sind, dass ihr alle da seid. Und ich gebe noch kurz das Mikro an Laura Provo. Applaus Oma! 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 Grandma! Lola! Oma! Oma! All your grandmas, all your grandmas hovering in here, gently here, gathering here together. Thank you for being here. Thank you, grandma. Hommage, and are we going to practice the title together? Hommage, homage, 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 je suis Oma, I am grandma, I am Oma. Oh, oh, ma, 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 ma. So tonight you can oh ma 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 and talk about your grandmothers, hang around. Take your time, it's actually, it's very gentle gathering in there, you'll see, it's subtle as well, it's kind of a piece which takes time, which you'll have to discover. Gather berries if you can, you'll see, you might find a couple. Yeah, just a huge thank you for this amazing opportunity, thank you so much, thank you Christophe, thank you Caro for this incredible project we could do. I mean, for me it was a moment I really wanted to make a piece in homage to the possibility, to the fact that my generation, of course in this part of the world, is able to experiment, and try, and be invited, and perform, and invent, and create, and share, and gather. Big, 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 big thank you to Elisabeth! Another incredible, I don't know how to say, sort of spiritual, I think I see the idea of the homage is how we pass each other energy, and how we grow from one another, and so I want to thank everyone. Everyone, it was an enormous collaboration, it's definitely not one voice, it's many, many voices, it's your voices here, it's your memories, it's your connection with spiritual grandmothers, invented grandmothers, mothers, any potato that you feel is like a grandmothers, she's there waiting for you, we've got a lot of strong grandmothers that was close to me, like Agnes Varda, which I was very close to, and made a piece with in Venice as well, she's there, with Carly Schneemann, this little wink to a lot of people who also showed me that you can try and invent, you can try and invent. So, thank you, thank you everyone, and come on Saturday with Sam Bellaponte, who collaborated on the performance. So, take your time, and also, we don't all have to scream like we. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank.